Die CD, die wir gerade aufnehmen, ist unsere erste gemeinsame CD. Antonia und ich spielen schon sehr lange zusammen und es macht uns wahnsinnig viel Spaß. Wir haben uns für diese CD ein Thema ausgesucht, was vielleicht nicht so ein ganz typisches Programm ausmacht für unsere Besetzung. Aber dieses Thema ist uns ganz wichtig. Es ist das Thema Wasser. Musik 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 Ja, alle Stücke, die wir heute aufgenommen haben, haben irgendwie mit dem Thema Wasser zu tun. Und da sind zum Beispiel jetzt ganz unterschiedliche Aggregatszustände, die das Wasser in unserer Musik annehmen kann. Zum Beispiel haben wir da ein Stück, was von einem Seeadmiral geschrieben wurde, der immer sein eigenes Klavier mit an Bord genommen hat. Oder dann haben wir ein Stück, wo ganz viele Miniaturen sind, die alle sich auf Algen beziehen, also Wasserpflanzen. Und dann haben wir da auch noch eins zum Beispiel, was auf Initiative von Greenpeace hingeschrieben wurde. Und dann haben wir Save the Whale auf diese Initiative damals, wo dann auch ein Satz drin vorkommt namens Moby Dick zum Beispiel. Und alle Stücke haben irgendwie mit Wasser zu tun. Und das ist total spannend und das zelebrieren wir in unserer Besetzung. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020